Das Besondere an unserem Käse würde ich sagen, ist, dass er sehr lecker ist, dass wir ihn aus unserer eigenen selbst erzeugten Milch selber herstellen, dass man dazu gucken kann, dass man sieht, wo dieses Produkt herkommt und es direkt hier essen kann. Auch neben den Ziegen, die die Milch gegeben haben, dass er so eine riesengroße Palette an Sorten hier kreiert hat, eingeführt hat und in einer tollen Qualität produziert hat. Ich finde auch den Käse macht besonders, dass der nach biologischen, also ökologischen Richtlinien hergestellt wird. Ich finde das ganz wichtig, dass dort kein Mist drin landet und es sagen oft auch Leute, man schmeckt die Weide. Also es ist keine Silagemilch, es ist Heumilch, die wir haben.